Lass uns gemeinsam ein Gedankenspiel spielen. Denke an das Kapital, das du bisher aufbauen konntest. Dazu zählt das Geld auf deinem Girokonto, dazu zählt das Bargeld, das du ersparen konntest, dazu zählen aber auch das Gold, das du gekauft hast, Kunststücke und Immobilien. Rechne das alles gerne zusammen, dafür kannst du das Video auch gerne kurz stoppen. Nun lass uns gemeinsam errechnen, wie lange du bereits unabhängig von deinen Eltern Geld verdienst. Dazu zählt der erste Minijob, den du hattest, eventuell die Ausbildung oder das Studium. Wie alt warst du, als du angefangen hast, unabhängig von deinen Eltern Geld zu verdienen? Vielleicht liegt zwischen dem ersten Geld, das man verdient hat und heute eine Zeit von 5 Jahren, 10 Jahren, 15 oder 20 Jahren. Das kannst du auch einmal errechnen und niederschreiben. Und nun kannst du dieses Ergebnis vergleichen. Diese Jahre, die du gerade errechnet hast, das sind nicht nur irgendwelche Jahre, das sind 5, 10, 15 Jahre morgens aufstehen, arbeiten gehen, Familie zu Hause lassen, mit den Arbeitskollegen klarkommen, mit dem Chef klarkommen, den Urlaub planen. Das sind im Grunde genommen also 15, 15, 20 Jahre Blutschweiß und Tränen. Diese Zeit, die kommt nie wieder zurück. Und das Ergebnis dieser Zeit ist das, was du am Anfang errechnet hast. Das bedeutet, die Zahl, die du am Anfang berechnet hast, also das Kapital, das du berechnet hast, ist das Ergebnis dieser 15, 20 Jahre Blutschweiß-Tränen. Wenn du mit diesem Ergebnis zufrieden bist, dann ist das in Schadler in Ordnung. Wenn du dieses Ergebnis aber optimieren möchtest, und das ist das, was wir oftmals gesehen haben, dass wir viele Geschwister betreut haben, die gesagt haben, hey, diese 10, 15, 20 Jahre, die ich nie wieder zurückbekomme, die hätte ich gerne noch besser genutzt. Dann komm gerne in die Beratung. Der Halal-Check ist kostenlos und dort helfen wir dir, dein Ergebnis zu optimieren. Buche jetzt direkt deinen Termin zum kostenlosen Halal-Check über den Terminkalender. Wir freuen uns auf dich. Als nächstes Jahr ein F58-Tränen über den Terminkalender. Amie Jahrg crocodile über den Terminkal china wieder abGrace über die Zeit über den Has auth bei tw örl-Bearat